Oh nein, Carol hat sie eigentlich fertig gemacht, weil Billy hat einfach nochmal angefangen. Also sie kämpft wirklich um das Leben ihrer Tochter. Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir sind jetzt bei Orange Bailey Moon im Haushalt. Wir sind zu ihm gezogen, obwohl wir noch nicht mal verlobt sind oder verheiratet. Das heißt, wir müssen hier unbedingt noch nacharbeiten. Aber Carol hat gerade mehr als genug Probleme, denn wir haben ja auch noch Billy im Keller sitzen und die hat Hope im letzten Part zur Welt gebracht. Ja, also ich habe natürlich eure Kommentare gelesen und ich bin voll eurer Meinung. Es ist hart, Billy da unten einfach sterben zu lassen und ihr hattet eine richtig gute Idee. Und da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich auch noch nie gespielt. Ich versuche mich mal daran. Deswegen, ich will gar nicht zu viel verraten. Bei meinen Sims ist es jetzt Sonntag um 6 Uhr morgens und alle schlafen außer Carol. Die ist gerade wach geworden und findet sich in dem neuen Haus zurecht. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein in den Part. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage, let's go. So, wir sehen hier Carol gerade aufgestanden. Die ist sogar relativ fit, würde ich sagen. Also, sie hat sehr gut ausgeschlafen. Die haben nicht so in den Betten geschlafen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr seht, Carol und Bailey Moon haben im Zimmer von Ben, glaube ich, geschlafen. Ich meine, dass hier eigentlich Ben drin sein soll. Hier soll Lena drin schlafen und in dem kleinen Zimmer halt Leier. Aber irgendwie hat sich Lena das große Zimmer gekrallt und Ben an das Kleine. Es ist ganz vogelwild gelaufen heute Nacht. Oh, Lena ist wach geworden und ist beschämt. Oh Gott, die Pickel haben sie überkommen. Unkontrollier wahres Wachstum. Zeig mal. Girl, das ist nicht so schlimm. Halb so schlimm. Aber sie hat sich schon mal ein bisschen versucht, jetzt am Spiegel aufzumuntern. Haben wir denn hier eigentlich... Haben wir denn hier keinen... Ah doch, wir haben hier einen Spiegel. Gott sei Dank. Also, wenn es bei Orange, Bailey, Moon im Haushalt kein Spiegel gibt, dann wüsste ich auch nicht, wo sonst. Sie soll sich nochmal Selbstzuspruch geben, soll Gesichtsreiniger auftragen und die Akne abdecken. Aber da kommt natürlich Carol hier rein. Klar, wenn man als Teenie ein Badezimmer braucht, dann kommt natürlich die Mutti da rein und muss jetzt putzen. Seit Carol das Merkmal ordentlich verdient hat, weil sie so gerne aufgeräumt hat, ist sie ständig am Putzen. Was sie überhaupt nicht ähnlich sieht. Aber sie konzentriert sich dabei sehr. Vielleicht ist es auch so eine Coping-Strategie von Carol, dass sie sagt, dass sie sich beim Putzen kann sie sich konzentrieren und dann lenkt sie sich ab und dann kommt sie vielleicht besser mit dem Ganzen zurecht, was sie auch Aaron angetan hat. Denn ich hoffe ja immer noch fest, dass in dieser Frau tief im Inneren irgendwo ja eigentlich ein gutes Herz steckt und etwas, was sie dazu antreibt. Dass sie es ja aus gutem Grund tut. Es ist meine Simmin, irgendwo in ihr steckt was Gutes. Da glaube ich ganz fest dran. Jetzt haben wir heute ziemlich schlechtes Wetter. Es regnet. Wir haben heute Sonntag. Es wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt auch mal wieder unser Restaurant zu öffnen. Aber das ist ja da unten mit Billy gerade eine ganz ungünstige Situation, sagen wir mal so. Und wisst ihr, was ich mir auch noch gedacht habe? Wir wohnen jetzt hier in der Schattenvilla, denn Orange Bailey Moon lebte dort und wir sind halt zu ihm gezogen. Aber ich bin nicht so ganz glücklich mit der Schattenvilla, weil, wie ihr seht, wir haben jetzt eine Haushaltskasse, also über eine halbe Million Simoleons in der Haushaltskasse. 629.000 Simoleons. Das ist richtig viel. Und da wir ja das Bestreben Herrenhaus Baroness haben, jetzt ein Haus im Wert von 200.000 Simoleons haben, finde ich, haben wir uns ja eigentlich verschlechtert. Und das kann Carrie ja so nicht auf sich sitzen lassen. Sie hat jetzt einen Star an der Backe und wir möchten eine Star-Hochzeit feiern und wir möchten das ganz groß aufziehen. Und eigentlich ist da diese Schattenvilla so ein bisschen, ja, Understatement. Wisst ihr, was ich meine? Darum bin ich am Überlegen, ob wir uns nicht ein nettes Häuschen suchen sollen, entweder in Delsol Valley, weil da ist ja irgendwie Ziel hinzukommen, oder wenigstens ein bisschen was Prunkvolleres. Egal wo, irgendwas Prunkvolleres, damit wir da auch mal richtig die Kohle reinstopfen können, damit unser Lebensziel halt auch nochmal einen Schritt vorwärts kommt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht schaffen wir es da mal noch zu gucken. Deswegen habe ich jetzt gerade so noch nicht so das Bedürfnis, unseren Keller da reinzubauen und das ganze Haus umzustylen, weil ich nicht weiß, ob ich dort bleiben möchte. So, und talking about Orange Bailey Moon. Wunderschön. Die Socken. Also er hat zum Schlaf eine Brille aufgehabt, Ohrringe und gelbe Kniestrümpfe. Und ihr habt gesagt, Orange Bailey Moon, er ist es eigentlich nicht wert, dass wir ihn komplett umstylen, aber wir könnten ihm ein paar frische Klamotten geben. Ihm so ein bisschen ein Star-Styling geben, also ihn ein bisschen mehr Star-mäßig ausschauen lassen, ohne ihn dabei optisch zu sehr zu verändern. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein. Komm, Orange, ab dafür. So, wir starten mal ganz vorne. Er hat ja diese unsäglichen Cowboy-Stiefel und dieses Muskel-Shirt. Ich bin fein damit, dass wir ihn optisch so gar nicht so krass verändern. Vielleicht, ich weiß noch nicht mal, ob wir Haare und so anpassen müssen. Aber lasst mal durch die Klamotten gehen. Der Typ ist ja so gepumpt, also wie schon gesagt, ich kann mir vorstellen, Fitness-Influencer, dass wir damit ihm noch ein bisschen was erreichen können. Aber wenigstens vielleicht ein bisschen, bisschen andere Farben oder so. Ja, das ist doch zum Beispiel auch ganz cool. Und vielleicht eine lange Hose. Die darf ja auch gerne ein bisschen zerrissen sein. So diesen wannabe-cool-Stil können wir ihm ja lassen. Ich versuche ihn nur einfach ein bisschen in Mühe besser einzukleiden. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt, aber ich versuche es. Okay, ich gebe ihm vielleicht mal noch ein zweites Outfit mit einem anderen Oberteil. Was würde denn ein Star noch tragen? Ja, sowas steht ihm doch auch ganz gut, oder? So Lederjacke-mäßig trägt ein bisschen auf, aber okay, ich kann damit leben. Das, Freunde, diese Ohrringe. Wisst ihr, es ist ja kein Ding, dass er Ohrringe tragen will. Aber können wir uns auf ein bisschen was Dezenteres einigen? Vielleicht auf Stecker? Oder sowas Kleines? Ja, also es darf ja gerne ein Ohrring durchscheinen. Aber bitte nicht so diese übelsten Kreolen. Ja, oder so Glitzer machen ja auch viele. Ansonsten ist sein Abendkleidungs-Stil ja gar nicht so übel. Er darf ja auch extravagant bleiben. Ich will ihm das ja gar nicht so wegnehmen. Er ist extravagant. Damit habe ich mich schon abgefunden. Aber ist es so nicht... Trägt er zwei Uhren? Hat er das im anderen Outfit auch schon getan? Sehe ich jetzt nicht. Zwei Uhren? Das kann schon wieder cool sein. Das kann schon wieder so sehr nach... Wusstet ihr eigentlich, dass ich reich bin? Schreien? Wisst ihr, was ich meine? Wusstet ihr eigentlich, dass ich richtig reich bin? Ich habe so viele Uhren, dass ich an jedem Handgelenk eine tragen muss. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Aber wisst ihr was? Dann soll doch die am linken Handgelenk wenigstens Gold sein. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er so tut, als wäre er der Hammer, dann muss er halt auch richtig so tun, als wäre er der Hammer. Und dann muss die Uhr da auch Gold sein. Ob die jetzt fake ist oder nicht, sei mal dahingestellt. So, Sportkleidung. Das habe ich jetzt schlimmer erwartet. Im Pulli. Aber eigentlich würde er doch seine Muskeln in einem Muskelshirt eher zeigen, oder? Dann vielleicht noch eine coolere Hose dazu. Sieht ein bisschen fertig aus. So eine graue. Und dazu coole Sportsneaker. Ja, damit kann ich leben. Schlafen. Zum Schlafen? Oh mein Gott, jetzt sehe ich erst... Er hat... Jetzt sehe ich erst, er hat sich sogar die Nägel... Was ist denn hier passiert? Okay, wild. Ich nehme ihm einmal alles an Schmuck ab. Und alles an Accessoires im Gesicht auch. Ansonsten darf er von mir aus ja gerne mit einem Totenkopf Ding... So, der Rest kann bleiben. Ja. Party Outfit? Okay. Okay, okay. Wie wäre es mit so einer Lederjacke? Ich schaue mal... Also Hosen für ihn, ich glaube, ist auch gar nicht so leicht. Er hat nämlich echt stramme Oberschenkel, der gute. Ja, cool. Mit so einer schwarzen Hose dazu. Und dann geben wir ihm noch so ein paar weiße Sneaker oder so. Das ist schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen Star-mäßiger, finde ich. Schwimmen in der Badebuchse mal. Was will man denn mehr? Vielleicht ein bisschen längere, wo so Fashion draufsteht. Sport. Haben wir die auch in anderen Farben? Ja, komm, grün steht ihm doch. Sixpack! Okay, heißes Wetter-Outfit. Wild. Ich gebe ihm mal eine längere Hose. Und er möchte gerne Flipflops tragen oder sowas. Das ist auch fein. Das dürfen auch von mir aus ein paar bisschen buntere sein. Der extra war ganz wegen. Dann haben wir wieder alles an Schmuck draufgepackt. Barely, was geht, gell? Von mir aus. Diesmal zwei Ringe und ein Armreif und ein Nasenring. Komm, den Nasenring tut mir raus. Hat der sonst eben kein Outfit ein. Und dann noch irgendwie ein lässiges Top. Cool, cool. Cool, cool. Steht ihm. Nice. Und kaltes Wetter-Outfit sieht sogar okay aus. Da könnte er ja jetzt eine Mütze tragen. Mal schauen, ob wir eine finden. Hier steht ihm jetzt nur so semi-gut, aber passt eigentlich. Vielleicht haben wir noch andere Schuhe. So Boots wären noch ganz gut. Hat er so große Füße oder sieht das nur so aus? Nee, ich glaube, es sah nur so aus. Er ist halt übelst trainiert. Übelst trainiert. Und jetzt lasst mich doch nochmal, lasst mich bitte einmal gucken, ob ihm ein Skin gut tun würde. Ihr wisst es, ich liebe Skins. Das ändert immer sehr viel. Deswegen, ich will nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Uiuiui, also bislang nicht. Das ist, glaube ich, nur Gesicht. Skin Male. Das verändert komplett seine Hautfarbe. Will ich eigentlich auch nicht. Da hat er so eine ultrarote Nase irgendwie. Ich sehe schon Wander-Skins. Bin ich nicht so ausgerüstet. Das ist eine Facemask. Nee, also die Skins, die ich habe, die verpassen ihm wirklich einen komplett anderen Look. Das ganze Gesicht sieht gleich ganz anders aus. Er sieht da gleich, sieht viel jünger aus. Als ob wir ihn einmal hier, weiß nicht, zum Lifting geschickt hätten. Irgendwie auch nicht schlecht. War irgendwie auch nicht er, oder? Nee, ich nehme ihm das wieder ab. Ich nehme sie wieder ab. Ist mir irgendwie dann doch zu unnatürlich. Jetzt haben wir uns so an ihn gewöhnt. Und wie gesagt, wir wollen ja eh nicht lange so lange mit ihm zusammen sein. Ihm fehlt ein drittes Merkmal, sehe ich gerade. Das ist hinter meiner Facecam, wie ihr sehen könnt. Also er hat das Bestreben Staatsfeind. Er ist gesellig, mag keine Kinder und ihm fehlt ein drittes Merkmal. Auch interessant. Ich lasse das jetzt mal so, denn meistens kommt ja während dem Spiel die Frage, ob er das, also so kann es sein, dass er das und das ist. Vielleicht hat er das nicht entwickelt im Laufe der Zeit. Wenn er kein drittes Merkmal hat, dann hat er keins. Carols Umstyling machen wir erst nach der Hochzeit. Okay. Darum, das ist jetzt mal das neue Styling von Orange. So, Carol ist super konzentriert, weil sie gerade geputzt hat und man hat sich jetzt hier was zu essen gemacht. Aus dem Kühlschrank genommen Würstchen und Bohnen. Bailey kriegt auch was. Und kleiner Leier steht da, wird von Carol jetzt reingesetzt. Kriegt sie auch was zu essen? Oder lässt du sie vom... Komm, gib mir doch auch was. Bitte gib mir was. Carol, nein, bitte geh jetzt nicht auf Toilette, sondern gib doch deinem Kind auch was. Einmal hier leere Teller wegräumen. Und dann kann ich hier hoffentlich sagen, eine Portion für Leier nehmen. Lena, bitte nimm sie jetzt nicht raus. Lena, bitte misch dich nicht ein. Ihr könnt quatschen. Aber lass Carol sie bitte füttern. Boah, Orange hat gerade voll am Esstisch gefurzt. Nicer Dude. Jetzt schläft sie uns hier im Hochstuhl ein, weil Carol es nicht schafft, ihr rechtzeitig was zu geben. Mei, Carol macht so eins auf Hausfrau. Nein, bitte jetzt hör auf aufzuräumen, sondern gib doch dem Kind jetzt was zu essen. Orange hat aufgegessen, Carol hat das Essen für seinen leeren Teller weggeräumt und er daddelt am Handy rum. Eigentlich fände ich das ziemlich unfreundlich und unhöflich, dass er jetzt darum daddelt. Aber er muss ja seinen Sozial-Medien-Status pushen. Darum will ich nicht so sein. Einmal hier das Frühstück posten. Und Lena und Ben freunden sich derweil an. Hat die Kleine was zu essen bekommen? Ja, sehr gut, Carol. Hallo Orange, die Spielkonsole Anno-Otobox kommt bald auf den Markt. Und das Marketing-Team ist der Meinung, dass du der perfekte, prominente Werbepartner wärst, um die Kampagne in Gang zu bringen. Schließ in den nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab, um den Vertrag zu erfüllen. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird es zu einem Clip für die sozialen Medien umarbeiten und dich dafür bezahlen, dass wir dein Bild verwenden dürfen. Gamer lieben Schimpftriaden. Werde wütend, schreien die Kamera der Videostation, lass einfach alles raus. Wenn du das Video als wütendes Vlog hochlädst, fällt deine Bezahlung noch höher aus. Dafür bräuchten wir diese Videostation. Das heißt, er würde zwangsläufig zu einem Streamer oder Vlogger werden, oder wie man das sagt. Aber es braucht immer eine Videostation, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben wir halt jetzt gerade noch nicht. Und ich bin nicht so sicher, ob ich ihm eine kaufen will. Gib ihm dir einfach ein Foto von sich selbst gemacht. Ja, schön, lad dein Selfie hoch. Alles für den Ruhm. Wie sieht es denn da aus? Kann ich jetzt mal nachschauen hier. Ach ja, okay. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Stern. In der Stadt findet der Flohmarkt statt. Und ein schönes Bild. Perfekt. Und ich habe zwölf Pollywood dazu gewonnen. Wir haben jetzt schon 48. Ja, er ist halt Kinderstar. Er hat mir auch geschrieben, er ist halt von seinen Eltern einfach, die sind Star. Und er ist da quasi schon als Kind so ein bisschen reingeboren worden. Deswegen hat er keine eigene Star-Karriere, sondern ist einfach bekannt durch seinen Namen. Und deswegen hat Carol auch großes Interesse selbst, diesen Namen zu tragen. Es ist Sonntag und wir haben heute alle irgendwie gar nicht so viel zu tun. Darum würde ich sagen, Carol zieht sich mal um. Dann könnten wir jetzt die größeren Kinder zumindest einpacken und mit ihnen vielleicht einen Ausflug machen. Einfach mal ein bisschen rausgehen und uns mit Orange Bailey Moon in der Nachbarschaft blicken lassen, damit wir ebenfalls Ruhm aufbauen. Ihr wisst Bescheid, das funktioniert irgendwie immer nur in der Öffentlichkeit. Und Lena würde ich hier lassen, damit man sich um sie kümmert. Darum kommt. Wir schauen mal, wo es hingeht. So, ich habe mich entschieden, dass wir in den Ward Park gehen. Also natürlich Delsol Valley, weil es halt unsere Zielheimat ist. Und da ist unser Restaurant. Und wir hoffen ja dort einfach ein bisschen Bekanntheit zu kriegen. Und ich glaube, dass es dort auch für Orange Bailey Moon der beste Ort ist, um gesehen zu werden. So hier quasi bei den ganzen Star-Tafeln, sage ich mal. Wir gehen da jetzt einfach mal zusammen hin und schauen uns das so ein bisschen an und verlinieren so ein bisschen hier auf der Meile. Vielleicht kommt ein Paparazzi um die Ecke, sodass Carol sich dann schön Bailey an den Hals schmeckt. Da bist du Paparazzi. Schau sie dir an. Hau da. Paparazzi. Da ist sie schon. Aber blöd, dass wir jetzt hier gerade wegfahren. Hau da, kommst mit. Ich rufe sie einfach herbei, wenn ich drüben bin. Mei, wie alle mit ihrem Fahrrad. Wie so eine richtig kleine, glückliche Familie mit dem Fahrrad auf dem Starlight Boulevard. Schauen nur die beiden Sportler. Lena und Orange, die sind hingelaufen. Ich muss sagen, wir haben ja das letzte Mal festgestellt, dass die beiden irgendwie eine Connection haben auf eine ganz weirde Basis. Also irgendwie habe ich zuerst gedacht, Mist, der baggert sie jetzt an. Dann habt ihr gesagt, ja gut, Lena könnte Carol ja eventuell unterstützen dabei, Orange rumzubringen, weil ja die Gene auch durchgeschlagen haben könnten. Was auch eine interessante Idee ist. Oder, dass eventuell Lena die ersten Erfahrungen mit Orange macht und das aber Ben total aufstößt. Also ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das laufen wird. Ich gucke mal, wohin mich das Spiel schubst. Ob die beiden noch sehr viel miteinander machen. Ob mir auffällt, dass sie sehr viel zusammenhängen. oder wo das so hinführt. Aber schon interessant, sie teilen halt die Leidenschaft für Sport. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden sich dann abseilen und sagen, komm, wir gehen da hinten dann in das Pektoralfitness. Aber schau mal, Ben versucht Lena schon so ein bisschen abseits der Eltern klarzumachen, hey, dass das hier irgendwie ganz merkwürdig ist. Fällt dir das nicht auf? Jetzt hat die Mama schon wieder einen neuen Mann und den kann ich diesmal gar nicht leiden. Aaron war so cool. Die beiden haben sich so gut mit ihm verstanden. Und Aaron, ich glaube nicht, dass er uns verlassen hat. Ich glaube, er versucht seiner Schwester so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Dass sie nicht alles glauben soll, was passiert. Und dass er schon langsam so ein bisschen Zweifel hat, ob das alles so passt. Und ob das alles so richtig, seine Richtigkeit hat. Ich glaube aber, dass Lena auch selbstbewusst genug ist und sagt, naja, sie weiß schon, wie sie damit umgeht. Sie hat ihr Leben und ihr Ziel, was ganz anders ist, als sowieso vor Augen. Wo ist denn jetzt Carol eigentlich hin? Sie hat sich zurück in den Park verzogen, um zu grillen. Die Welt ist natürlich nicht so vorteilhaft. Solltest du nicht hier eher mit Orange rummachen. Und wir werden angerufen. Carol wird angerufen von Daichi. Es spielt keine große Rolle, was die Leute über dich denken. Und ich habe gehört, dass jemand dich bis aufs Blut verachtet. Ich werde meine Meinung über dich überdenken. Ja, möglicherweise. Weil wir hier die Leute der Reihe nach umbringen. Gibt es vielleicht Leute, die uns nicht mögen? Dann mag er mich halt auch nicht. Äh, okay. Mann ey, unser Ruf wird echt schlecht. Aber ich kann, was soll ich sagen? Okay. Okay, und bleib weg. So, ich schicke jetzt mal Carol hier vorbei. Und sie soll mit Orange Bailey Moon mal erstmal ein bisschen quatschen. Und dann streichen wir im Medien wirksam die Wange. Während unsere Kinder hier rumstehen und sich irgendwie gegenseitig, weiß auch nicht, ein bisschen, ein bisschen anzicken. Sind hier denn noch andere Stars? Oh, Militärpersonal kommt hier her. Dante. Wo ist die... Wo ist eigentlich die Paparazzi hin? Ich hatte doch so gehofft, dass hier auch Paparazzi so rumlaufen. Carol kommt angedüst mit dem Fahrrad. Oh, Carol kommt und Orange hat schon direkt Kopfweh. Also, wir mögen uns halt einfach nichts. Jetzt kommt eine vorbei. Darling. Darling Landgrab will vorbeikommen. Nee, jetzt nicht. Ich muss hier medienwirksam den Bailey abschlabbern. Und schon wieder regt er sich auf. Was ist denn mit ihm? Ein Kusshauchen. Komm schon. Vielleicht fällt ihm auf, dass wir das immer... Was, was ist denn sie jetzt so schockiert? Vielleicht hat er auch richtig viele Fans. Also, ich habe langsam den Eindruck, es kommen sehr viele Frauen auf uns zu und reagieren ganz merkwürdig, wenn sie sehen, dass wir in der Öffentlichkeit mit Orange Bailey Moon flirten oder ihnen küssen oder dass wir halt zusammen sind. Möglicherweise sind das halt so Groupies oder Fans, die gehofft haben, dass der Junggeselle noch irgendwie zu haben ist, obwohl er war ja verheiratet, gell? Na gut, vielleicht hat sich rumgesprochen, dass es mit seiner Frau nicht mehr funktioniert. Oder es war schon lange bekannt, dass Orange da so ein bisschen nicht so ganz so treu ist. Und dass man da Chancen hat. Ob er jetzt verheiratet ist oder nicht. Jedenfalls, ich merke schon, dass es mit ihm in der Öffentlichkeit ganz anderes Verhalten ist, wie mit Männern, die nicht bekannt sind. Und wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe es nur überquatscht. Ich habe es nur überquatscht. Guck, Newcomer! Wir haben den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Wir haben den ersten Ruhmpunkt erhalten. Nice! Girl! Es wird! Also eigentlich soll ja Alaya berühmt werden, aber wir müssen zuerst die Mutti, Mutti, Mutti muss zuerst berühmt werden und dann kann eventuell Alaya auch berühmt werden. Also Carol first und so. Also wir haben zwar einen relativ eher schlechten Ruf, aber wen wundert es? Wir haben ja auch nichts mehr auf unseren Ruf gegeben. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir noch mit Paolo, glaube ich, in dem Loft gewohnt haben, da waren so die ersten Nachrichten, dass wir verhasst sind und dass wir einen schlechten Ruf haben. Und da haben wir für uns entschieden, dass es uns nicht juckt. Und das haben wir jetzt davon. Sind wir halt unbeliebt. Und wisst ihr, was ich auch noch sehe? Carol wird ganz, ganz bald hier Seniorin. Und das kann sie sich auch nicht geben. Dafür haben wir noch unseren Jungtrank oder die Lebensessenz von Max. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Vielleicht, da werden wir noch was tun. Wir werden noch diesen Ich-bleibe-Jungtrank, der steht in unserem Black Widow-Keller, den müsst ihr auch noch trinken. Also wir haben jetzt tatsächlich schon den ersten Stern und einen Ruhmpunkt, den wir vergeben können. Welchen hätten wir denn gern? Videos hochladen, um den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen. Networking, leichter soziale Kontakte zu berühmteren Sims knüpfen. Da Carol den Umgang mit anderen Promis gelernt hat, kann sie Freundschaften mit berühmteren Sims schließen. Mit ein paar Schmeicheleien und einer Bekanntschaft schnell zur Freundschaft. Dank ihrer Fähigkeit, schnell Kontakte zu knüpfen, erntet sie Ruhm, wenn sie mit einem Promi Umgang pflegt. Und je berühmter der Promi ist, desto höher steigt ihr Ruhm. Ich finde, das ist es ja. Das ist ja voll Carol. Sie ist selbst, also eigentlich kann sie selbst nichts, aber das Networken mit anderen Promis und das liegt ja in ihrem Restaurant einfach auf der Straße, sage ich mal so, die ganzen Promis, das verschafft ihr wiederum Ruhm. Und sie ist, sie wird berühmt, weil sie das, weil sie im Schatten, nein, weil sie im Lichtschein anderer Promis steht. Das ist 100% Carol, komm, das geben wir das ihrer Laufbahn. Jetzt will ich aber auch, jetzt will ich aber auch wissen, wenn ich wirklich mit Promis hier zu tun habe, ob das jetzt ein bisschen besser funktioniert auch. Er ist wie praktisch, dass mein aktueller Mann, Freund, noch ist er nicht unser Mann, ein Promi ist. Aber es funktioniert immer nur, wenn ich romantisch bin, sehe ich gerade. Jetzt gerade lässt es mich irgendwie gar nichts. Jetzt ist nirgendwo Ruhm dabei. Ich nehme auch gerne einen anderen Berühmten, wenn ich hier einen finde. Wenn es heißt, dass ich berühmt werde, indem ich andere einfach nur nett bin. Aber hier sind nur Turis. Okay. Naja, aber dann machen wir es halt mit Ollenstapel, haben wir den ja schließlich rangekarrt. Zuneigung ausrücken, er ist schon wieder so wütend. Vom Aufsprudeln von Saft. Oh, sie ist schwanger, Darling Landgrab ist schwanger? Bitte nicht von Orange. Ich würde mir inzwischen alles zutrauen. Schatz, wo gehst du hin? Nein, geh nicht, ich bin noch nicht fertig mit meiner Berühmtheit. Oh, wer ist das? Warte, sie kenne ich, Ariel. Baby Ariel, ein Megastar. Komm, ich will es gleich mal probieren. Mh, freundlich. Ich mach mal, ich frag mal, ob sie ein Foto mit mir macht. Dann versuche ich mich vorzustellen. Hi, Baby Ariel. Du wärst eine tolle, beste Freundin. Carol, nicht ausflippen. Nicht ausflippen. Bleib cool. Bleib cool. Das war nicht besonders cool. Das fällt ja auch auf. Ich versuche mal eine Umarmung. Hat sie mir eigentlich jetzt ein... Sie hat mir nichts gegeben. Warum kriege ich kein Autogramm? Ach, nee, ein Foto wollten wir machen. Ich weiß nicht, haben wir ein Foto bekommen? Nee. Okay, ich krieg die schon noch soweit. Jetzt erstmal gibst du mir bitte ein Autogramm, was hoffentlich richtig viel wert ist. Nice. Also es, glaube ich, geht schon ein bisschen besser. Hierher zu kommen hat sich schon gelohnt. Baby Ariel, Autogramm jetzt. Du musst es verkaufen. Macht sie. Das ist natürlich... Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt viele Promis rankarren, die wir dann zu unserer Hochzeit einladen können, dass unsere Hochzeit ein richtiger Star-Auflauf wird. Das muss ja fast so sein, sonst ist es ja keine Promi-Hochzeit. Ist ja nur eine Orange-Billy-Wood. Son Orange soll währenddessen weiterhin hier seine Simstagram-Story voll machen. Mit, weiß ich nicht, sozialer Chronik. Hier ist ganz schön viel los. Guck mal. Oh. Oh. Wer kommt hier angeschlendert? Anissa. Ben? Willst du vielleicht mal Anissa Hallo sagen? Kannst ja mal schreien. Anissa, ich bin auch da. Ist nicht er auch unser Buddy? Hey, Crazy, wo kommen die ganzen Teenies her? Ja gut, aber am Sonntag, was sollen sie denn sonst auch machen, gell? Okay, versucht weiterhin Baby Ariel hier irgendwie zu betören. So, dann machen wir hier nochmal noch mehr Insta-Stories, Bailey. Noch mehr Insta-Stories. Lena hat Fitness aufgelevelt? Bei was? Lena hat die Fitnessfähigkeit aufgelevelt, weil sie das Ding hier angestartet hat? Nun gut. Da hinten ist es Pektoralfitness, glaube ich. Das Fitnessstudio besuchen. Ich kann mir vorstellen, dass Lena jetzt zusammen mit Orange einfach nochmal ins Fitnessstudio reingeht, dass die jetzt da rumgestanden sind, einfach so ein bisschen hier den Tag genossen und dass Orlenstein sagt, also Schatz, ich gehe dann noch eine Runde ins Fitti. Eklant. Weil jeden Tag mindestens zwei Stunden Krafttraining. Bisschen Bescheid, damit der Bizeps wächst. Und Lena hat sich jetzt gedacht, cool. In das Pektoralfitness kommst du wahrscheinlich einfach nicht so rein. Ich glaube, hier ist schon das Star-Fitness in Delta Valley. Und vielleicht kommt sie rein, wenn sie mit ihm zusammen geht. Und dann würde ich Carol und Ben nach Hause schicken oder hier einfach stehen lassen und die beiden mal zum Fitnessstudio rüberlaufen lassen. Da ist jetzt auch wieder die Paparazzi mitgekommen. Das ist schon ein bisschen interessant. Also wenn wir wohin reisen, kommt die Paparazzi mit, aber dann verschwindet sie recht schnell wieder. Okay, ich lasse Carol und Ben einfach zurück. Die werden da jetzt irgendwie noch hinten rumstehen. Und jetzt schaue ich mal, ob die beiden hier drinnen einen coolen Tag zusammen haben könnten, um mal ein bisschen herauszufinden, wie so die Dynamik zwischen den beiden ist. Also er flucht erst mal rum. Und Lena hat schon das Sportgerät für sich entdeckt. Die joggt direkt rum ums Eck. Und er will auch aufs Laufband. Er ist noch super angespannt wegen dem unerwünschten Baby. Da haben wir ja gesagt, er weiß ja eigentlich nichts von Hope. Deswegen ist dieses unerwünschte Baby für ihn eigentlich die drei Kinder, die Carol mitgebracht hat. Inklusive natürlich Aliyah, die er so jetzt auch nicht gewollt hat. Die hat sie ihm ja auch untergeschoben. So, und die beiden haben sich schon direkt hoch in den Trainingsbereich gepackt. Eine Romy, die ist auch ein aufgehender Stern. Aber ja, man merkt, dass es auf alle Fälle exklusiv ist, weil hier nicht sehr viele Leute sind. Und da fühlen sich beide wohl, wenn sie ihr Fitness aufleveln. Hm. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Carol schaut jetzt hier, ist noch hinten und schaut sich ein paar Dinger an. Dass Carol vielleicht auch vorbeikommt. Schaut mal, Lena hat jetzt die Nähe zu Orange gesucht. Sie ist zu ihm hingegangen und will mit, und plaudert mit ihm und halt allen anderen, die da so rumhüpfen. Boah, meint ihr, dass Lena eventuell Interesse an Orange Belly Moon haben könnte? Ich weiß ja nicht. Wenn er halt so auch Social Media Fitness Influencer ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie von ihm mitbekommen hat, selbst als fitnessbegeisterte Teenagerin. Vielleicht findet sie das richtig gut, dass er ihr neuer Stief-Daddy ist. Uiuiui. Und schon haben sich wieder ziemlich viele Leute um ihn versammelt. Er ist nicht lang alleine. Ach so, und Lena muss jetzt los, sie muss zur Arbeit, deswegen geht sie jetzt runter und nach draußen. Lena muss arbeiten gehen. Aber auf alle Fälle unser Test, wie die Dynamik zwischen den beiden ist, in meinen Augen klar, dass die, dass es von Lena ausging. Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, sie hat die Nähe zu ihm gesucht und nicht umgekehrt. Also möglicherweise hat sie einfach schon Interesse oder schaut ein bisschen zu ihm auf. Die Frage ist halt jetzt, was er draus macht und wie der Rest darauf reagiert. Und schaut, weil Carol und Ben haben ja dessen hier eine richtig gute Zeit zusammen. Wie süß, er bringt sie zum Lachen. Er ist super selbstsicher. Und ich glaube, Carol sagt jetzt zu Ben, du, ich muss super dringend pinkeln. Ich gehe mal kurz rüber ins Starlight Gardens und gehe dort auf Toilette. Du kannst ruhig schon nach Hause fahren oder geh zu Orange ins Fitnessstudio. Mach, was du willst, Ben. Lena ist ja jetzt schon zum Arbeiten gegangen. Es ist jetzt 18 Uhr und dann geht sie rund rein und wir gucken mal, was mit Billy ist. Okay? Ab dafür. So, und Carol wackelt jetzt einmal kurz wirklich da in die Toilette, weil sie muss wirklich. Und währenddessen lasse ich Ben einmal seine Zusatzaufgaben machen. Lena soll mit, soll Schwimmer beeindrucken. Ja, warum eigentlich nicht? Unsere Kleine soll eine Fähigkeit aufbauen, bewegen ist doch ganz gut. Und Orange Belly Moon soll seine täglichen Karriereaufgaben erledigen. Das finde ich gut. So, und jetzt sagen wir hier runterklettern und schauen, was uns da unten erwartet. Ich habe ihr unten inzwischen ein Licht installiert. Also holt euch nicht. Es war nämlich wirklich dunkel für die ganzen Screenshots, die ich dafür gebraucht habe. Darum, es ist ein bisschen heller unten, damit wir sie auch besser sehen können. Und ich meine, ich habe auch schon ein Kind schrein hören. Und ihr seht, ich habe ihr die Box auch wieder reingestellt, damit sie ein bisschen essen kann. Das heißt, Carol hat jetzt reingeschaut und ist ihr aufgefüllt. Und da liegt Hope am Boden. Ich habe ihr ein Kinderbett reingestellt, damit sie wirklich schlafen kann, aber sie liegt trotzdem am Boden. Das Kind hat natürlich keine Kleidung. Und ich habe Billy optisch, sagen wir so, mal etwas ihren Lebensumständen angepasst. Ihre Haare sind natürlich gewachsen. Die Klamotten hat sie inzwischen zerrissen, um Windeln und Sachen für das Kind bereitzustellen. Sie versucht sich da ihren Keller ein bisschen zu putzen. Und man sieht, ich habe ihr auch Augenringe verpasst. Ich habe sie schmaler gemacht, dünner gemacht, sodass man sieht, wie das alles an ihr zehrt. Also wir hatten ja gesagt, sie stillt das Kind, sie hat aber nicht wirklich viel zu essen. Sie dreht da drin wirklich langsam durch. Es geht ihr sehr schlecht. Und Carol steht jetzt draußen und sieht natürlich, was sie angerichtet hat. Wie Billy da drin versucht, alles zu putzen. Und dass jetzt da ein Kind geboren ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich denkt, Mist, ich kann das so nicht durchziehen. Also ich kann das Kind da drin nicht lassen. Ich will ja meinen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen. Das Risiko ist zu hoch, wenn da unten ein Kind schreit. Ich muss dieses Kind mitnehmen und mir später überlegen, was ich mit Billy dann mache. Aber zuerst mal muss dieses Kind da raus. Das heißt, da jetzt reinzugehen und Billy zu überwältigen, damit sie ihr das Kind entreißen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt laufen wird, Leute, aber ich werde es versuchen. Wünscht mir Glück. So, okay. Carol geht jetzt rein und versucht, Hope an sich zu nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Billy das nicht einfach über sich ergehen lassen wird. Die Tür ist aufgesperrt. Carol zutritt. Und Billy hat eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und jetzt wird sie ihr sagen, du wirst mein Kind nicht mitnehmen. Und die beiden Frauen geraten übelst in den Kampf neben dem Kind. Billy verursacht, lässt ihre letzten Kräfte raus und versucht, ihr Kind zu schützen, dass Carol es nicht mitnehmen kann. Das ist natürlich das Letzte, was sie will, dass Carol Hope jetzt auch noch entreißt. Aber Carol will eigentlich ja für das Kind jetzt nur das Beste. Oh Gott, ja. Carol hat... Oh nein, Carol hat sie eigentlich fertig gemacht. Da bin ich halt einfach nochmal angefangen. Also sie kämpft wirklich um das Leben ihrer Tochter. Carol gibt aber auch alles. Ich glaube, ja klar, wie willst du einer Frau in dem Zustand, mit dem, was du ihr angetan hast, begreiflich machen, dass du das Beste für das Kind willst? Man sieht, ihr geht's einfach echt schlecht inzwischen. Und Carol hat jetzt Hope vom Boden aufgehoben. Es hat nicht funktioniert, ohne dass sie sie mir vorstellt. Darum musste ich mir jetzt ihr einmal das Baby quasi voll übergeben lassen. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass Carol Hope quasi mit einfach aufgehoben hat. Und ich werde sie jetzt versuchen, vorübergehend bei uns in die Familie mit aufzunehmen. Also zur Familie hinzufügen, sodass Hope jetzt in... Also dass ich Zugriff auf Hope habe. Ihr seht, sie ist jetzt bei uns im Haushalt. Und quasi damit kann sie von mir vom Grundstück weggeschafft werden. Oh Mann, und und Hope weint und ist super traurig. Carol hält sie. Und klar, Billy regt sich jetzt noch auf. Aber Carol wird jetzt rausgehen, während sie hier drin noch am Verzweifeln ist. Ich glaube, Billy hat irgendwie eingesehen, dass sie ihr unterlegen ist, dass sie es nicht schafft. Auch körperlich jetzt nicht mehr schafft. Nachdem sie es zweimal bekämpft haben und Carol zweimal gewonnen hat. Das ist so tragisch, Hope ist hier die ganze Zeit am Schrein. Komm Carol, wir gehen jetzt einfach. Carol ist super wütend. Und da legt sich Billy einfach schlafen. Ich glaube, dass sie sich weinend schlafen legt. Und Carol nimmt jetzt das Kind und bringt sie erstmal weg. So, Leute, ich habe jetzt lange überlegt, wo ich Hope unterbringe. Und eure Vorschläge, sie zu seinen Eltern zu bringen, also eigentlich zu ihren Großeltern zu bringen, sodass sie bei ihrer Familie leben kann, ist zwar schön, ist aber ein zu hohes Risiko. Weil sie würde dann Bailey Moon heißen. Und damit wäre sie wieder eine Bailey Moon. Und genau das wollten wir verhindern. Darum habe ich jemanden gefunden, dem ich dieses Kind anvertrauen kann, der ich zu 100% vertraue. Und wo ich mir sicher bin, dass Hope trotzdem eine gute Versorgung hat. Und es könnte nicht dramatischer sein als jetzt. Es ist Gewitter. Es ist mitten in der Nacht. Es ist Montag um 1.30 Uhr in der Früh. Es ist dunkel. Es regnet. Und Carol hat Hope auf dem Arm und läuft einfach mit Hope auf dem Arm durch die nassen Gassen, durch die Dunkelheit joggt sie mit der Kleinen. Sie weint. Sie ist traurig. Beiden geht es schlecht. Ich weiß nicht. Erkennt ihr schon, wo wir hinlaufen? Ich dachte, nichts könnte besser passen als ein kleiner, beschaulicher Vorort. Eine süße, kleine Hütte. Ganz weit auf dem Land. An einem Ort, wo Carol eigentlich groß geworden ist ursprünglich. Und wo die eine Person lebt, der Carol zu 100% vertraut. Und wir waren schon lange nicht mehr hier. Wir legen Hope vor der Tür ab und klopfen bei unserer besten Freundin. Und schaut mal. Bei Candy steht direkt in der Haustür eine Urne von Izzy. Das heißt, sie hat ihren Mann verloren. Ist zwar jetzt mit, oh je, offensichtlich vier Kindern alleine in dieser kleinen Wohnung. Ich weiß noch, wir haben uns gedacht, das ist eigentlich viel zu klein. Als wir sie das letzte Mal besucht hatten, war sie, glaube ich, mit Izzy noch alleine. Sie hat inzwischen eine Teenager-Tochter, wenn ich das richtig sehe. Anissa, eine Teenager-Tochter. Ein Kleinkind. Ein Kind. Klar, jetzt kommen wir auch noch mit Hope daher. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Es ist hier das beste Versteck. Candy lebt so weit weg. Sie ist draußen. In Hanford-on-Bagley. In diesem süßen, kleinen, perfekten Haus, das so nichts mit Star-Sein zu tun hat. Obwohl Izzy ein Star war. Ich möchte sie jetzt mal nach drinnen bringen. Carrie, kannst du sie bitte auch reinholen? Komm. Wir bringen Hope jetzt mal rein. Guck mal, wie Candy sich kümmert. Candy ist bestimmt eine ganz tolle Mama. Vielleicht können wir mit ihr irgendwie einen Deal machen. Vielleicht können wir Candy dafür, dass sie Hope hat, im Restaurant einfach unfassbar gut bezahlen. Sodass sie Geld hat. Sodass wir sie quasi damit unterstützen, dass sie Hope übernimmt. Aber im Restaurant bei uns halt für richtig viel Geld arbeiten kann. Irgendwie so. Ich spreche jetzt mal mit ihr. Komm, wir werden Verbrecher-Kumpanen. Warum waren wir das eigentlich nicht schon lang? Und Candy so. Alles klar. Alles klar, Girl. Ich halte ihr den Rücken frei. Ich stelle ihr jetzt mal Hope vor. Wir sind Verbrecher-Kumpanen. Wir können jetzt Reiche planen und den inneren Schelm rauslassen. Und jetzt geben wir ihr die Kleine und sagen, das ist die Tochter von Orange und Billy. Ich weiß nicht, was sie immer für ein Moodlet hat. Und sage, Candy, ich weiß nicht, wohin mit ihr. Ich weiß, du hast nicht viel Platz, aber du bist die Einzige, der ich es zutraue. Und wir schieben Candy dafür, dass sie jetzt noch ein Kind quasi haben muss. Und das wird Kosten für sie verursachen. Und jetzt ist sie auch noch alleine. Und das tut mir ultra leid für sie. Ich versuche ihr da ein bisschen Geld zuzuschieben. Weil jetzt durch die Hochzeit oder durch das Umziehen und durch die ganzen Machenschaften, die Carrie hier tut, hat sie ja genug Geld. So, und ich habe Hope jetzt in den Haushalt von Candy verschoben. Da liegt sie schon. Candy geht jetzt aber auch schlafen. Die ist super müde. Wir werden sie jetzt öfter mal besuchen und gucken, wie es Hope und ihr geht. Ich wollte ihr eigentlich noch ein bisschen Geld zustecken, aber sie ist jetzt schlafen gegangen. Vielleicht kann ich ihrer größten Tochter, Anissa, noch irgendwie, was, was, ich könnte mich ja mal freundlich vorstellen. Und dann hier vielleicht, oh Gott, ich kann ihr gar nicht helfen mit den Kindern, weil ich sie alle noch nicht kenne. Okay, ich glaube, wir müssen auf alle Fälle Candy mit den ganzen Kindern jetzt alleine ein bisschen mehr unterstützen. Vielleicht öfter mal vorbeischauen und gucken, wie es auch Hope hier geht. Und das Schöne ist, wir können das ganz gut kombinieren und sagen, hey, wir gehen Candy besuchen. Weiß ja keiner, dass Candy jetzt das fünfte Kind hat, was eigentlich Hope ist. Schau mal, ob ich ihr, kann ich ihr Simoleons geben? Ich gebe jetzt, ich gebe der ältesten Tochter 5000 Simoleons. Sie weiß zwar nicht, warum, aber es fließt ja in den Haushalt von Candy ein. Und dann sage ich ihr, Anissa, du musst deiner Mama jetzt echt ein bisschen helfen, okay? Ich habe ein Kind vorbeigebracht und deine Mama weiß auch, warum. Und es war ein Notfall, weil die Mutter verstorben ist. Und damit ihr besser zurechtkommt, Anissa, gebe ich euch jetzt ein bisschen Startkapital, okay? Und du versuchst deiner Mama zu helfen und sie sagt, alles klar. Ich weiß, die ist noch ein Teenie, aber ich weiß, dass Candy ihre Kinder bestimmt gut großgezogen hat. Und jetzt ist es schon sechs Uhr morgens, wir müssen dringend nach Hause. Carol, komm, wir müssen gehen. Arme Candy, wir werden ihr auf alle Fälle das Gehalt anpassen, wenn wir das nächste Mal im Restaurant sind, sodass sie wirklich mehr als genug Geld verdient. Aber ich glaube, das ist ein schöner Ort, um groß zu werden. Hier bei Candy in ihrem süßen Haus an dieser malerischen Straße. Es ist einfach schon in der Früh um sechs Uhr morgens. So, und Carys ist jetzt hier ins Haus reingelaufen. Und Orange und Lena sind beide im Pool. Ich glaube, dass die hier gerade irgendwie ein bisschen festgepackt sind. So, jedenfalls haben die beiden offensichtlich, sie sind wohl ein paar Runden geschwommen in der Früh. Ben schläft. Wie gesagt, was zwischen den beiden noch passiert, ich weiß nicht. Lena denkt an ihn, sie ist verspielt, sie ist im Wasser neben ihm und sie denkt die ganze Zeit an ihn. Okay, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was es zwischen Lena und Orange Baby Moon ist. Was passiert hier? Hat sich Lena in ihn verguckt? Jedenfalls Hope ist an einem guten Ort und Carys legt sich jetzt noch kurz ins Bett. Schimpft über den ganzen Müll noch und die muss jetzt dringend hinlegen, die ist super müde. Eigentlich müssen die Kinder zur Schule oder etwa nicht? Hallo, haben wir nicht Schule? Genau, mehrere Sims müssen zum Unterricht alleine. Ihr könnt gerne alleine gehen, wenn du bitte aufstehen würdest. Ach, sie hat es doch aus dem Pool geschafft. Okay, ab in die Schule. Die hat einfach mal ein morgendliches kleines Schwimmründchen mit ihrem berühmten Daddy verabredet. Und er ist beschämt, weil er sich in der Privatsphäre gestört fühlt. Vielleicht hat er doch seine Runden nackt gezogen und da ist dann Lena reingekommen. Und Carys hat sich jetzt doch ins andere Bett rübergelegt. Wild. Wild. Aber hey, Leute, was für eine Nacht, was für ein Tag. Wir haben Hope gerettet aus dem Keller, aber das heißt, wir haben immer noch Billy unten. Und Billy haben wir jetzt als Kind entrissen. Ich glaube, dass das nicht besonders gut für ihren mentalen Zustand ist. Wir sollten sie dringend jetzt am nächsten Tag mal besuchen gehen und gucken und uns überlegen, wohin mit ihr. Ihr habt gesagt, es ist eine gute Möglichkeit, sie vielleicht abzuschieben als, sag ich mal, durchgedreht und sie irgendwie wegsperren zu lassen. Und ich werde gucken, ob ich das umsetzen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, wie Hope untergekommen ist. Ich hoffe, dass wir das mit Candy irgendwie geregelt kriegen. Die Arme ist jetzt alleine, als sie mit so vielen Kindern. Und ja, irgendwie sollten wir dann vielleicht auch mal unsere Verlobung vorantreiben. Es ist ganz so viel los im Carols Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn dir dieser Part gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lass mir gerne ein Abo da. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal.